125er zweitaktblase mit einem riesen loch drin und jeder der motorrad fährt oder zweitakt erfahrung hat weiß hier geht es auf jeden fall leistungsmäßig nicht mehr viel aber darum geht es auch nicht es wurde hier schon ein bisschen versucht zu schweißen gleich vorweg wird niemand kritisiert es geht nur darum ich habe bei instagram post dazu gemacht und daher war der wunsch dass ich ein video dazu machen wir fangen jetzt mit der bearbeitung an von dem teil das heißt wir werden hier drauf eingehen was ist hier vielleicht falsch gelaufen schieb gelaufen was können wir hier besser machen wie gehen wir voran in der ganzen sache wie wenn man das jetzt reparieren wie gehen wir daran und wie werden wir das ganze lösen das thema geht es heute in dem video quasi wir haben hier auf jeden fall dünnblech ich denke mal millimeter 1,5 vielleicht maximal und ich zeige dir jetzt quasi in dem video wie wir das reparieren und schweißen wir haben da ja schon ein bisschen erfahrung wir machen ja immer so dünnblech sachen wie du hier siehst alles relativ dünnes zeug 08 bis 1,2 mm maximal ich weiß wenn man schon mit unserem wellinger gerät weil hier haben wir eine 06er draht drin das geht sehr gut kleiner brenner und ja damit macht es auf jeden fall spaß und geht extrem easy also wenn das eine thematik ist oder sagst nice da habe ich lust drauf das will ich mir angucken wie du das vielleicht für dich zu hause auch anwenden kannst und besser machen kannst oder vielleicht hast du für uns auch ein paar coole tipps und tricks dann haut die auf jeden fall schon mal in die kommentare dann unten rein ja und ich möchte mich immer mal für eure tollen kommentare bedanken heute möchte ich mich bedanken beim johannes meisner schäfer hat letzte mal unter dem video von den fubat düsen kommentiert guten morgen an alle schweißfreunde schönes erklärvideo finde ich gut dass sowas zwischendurch auch mal gezeigt wird ja also johannes ich danke dir für den kommentar wünsche schöne grüße und ich hoffe dass das video dir auch gefällt also jeder der immer schön fleißig kommentiert werde ich auch immer mal dann mich hier bedanken und euch mal ein bisschen mit integrieren in die ganze nummer und hautmesser auch mal in die kommentare ein ob man was cooles verlosen wollen können wir ja auch mal ein bisschen machen haben wir schon einige jungs hier am stadt und jetzt gehen wir erst mal zur blase rüber wir starten jetzt mit der blase also erstmal thematik warum ist das ding bei uns also sie haben das versucht selber zu schweißen klar wahrscheinlich ein bisschen weniger erfahrung was das thema schweißen angeht ich vermute auch mit einem dickeren draht geschweißt weil sich das ganze schön aufgebaut hat sie haben es dann verschliffen aber wir haben eine grundlegende problematik die ganz oft und das sehe ich immer oft egal ob das bei tank schweißen ist ob das bei so wie bei hier schwallbeblech ist die meisten schweißen einfach zu kalt so und das sieht man hier gut man kann hier wunderbar drunter gehen mit dem finger das heißt ich kann das auch ganz entspannt wahrscheinlich mit dem schraubenzieher ein bisschen weghebeln ja dann kommen hier sogar noch komplett runter also das heißt wir haben hier zwischen dem neuen und dem alten material keine verbindung also ich kann hier einfach in die lücke quasi mein schraubenzieher reinstecken und das darf natürlich nicht sein so das heißt wir haben hier zu kalt geschweißt und das wollte ich jetzt kalt geschweißt ich habe an der seite versucht das ganze dick zu schweißen ich dachte vielleicht kann man es verlaufen lassen aber da ist so eine luftschicht dazwischen dass das leider auch nicht funktioniert das heißt jetzt wird dieser bereich erstmal ausgeschliffen wir gucken wie groß ist das loch überhaupt und dann setzen wir hier ein neues blech ein was wir einspeisen werden also solche sachen sind schon machbar mit löchern schweißen das heißt du siehst es jetzt zum beispiel hier man muss halt einfach das loch man kann das noch relativ gut zu schweißen aber es muss dann zum schluss einfach so hier aussehen wenn es so nicht aussieht dann bist du nicht im material trainer deswegen würde ich jetzt hier nicht auch als ein millimeter blech ist mit 20 30 ampere loslegen sondern minimum mit 80 sagen wir mal zwischen 70 und 90 ampere würde ich hier ganz entspannt schweißen damit das material ordentlich verschwollen wird und dann fängt man quasi an einer dickeren stelle wo noch alles gesund ist an und dann arbeitet man sich ins material rein hier fangen wir jetzt natürlich bei diesem riesen noch nicht an da so zu schweißen das heißt wir schneiden das erst mal das raus und setzen ein neues blech ein das ist hier der schlauste weg dann zeige ich euch wie man das hier dran verschweißen wir passen erst mal an das blech an und setzen das dann hier ein ja und vielleicht ist das eine thematik für einen kumpel von dir der auch motocross fährt oder sowas oder irgendwo eine sportart macht und auch selber schweißt dann auf jeden fall dem das video weiterleiten dass der sich das auch angucken kann das ist sowieso für alle videos immer wichtig ich versuche hier was aufzubauen um irgendwo auch einen mehrwert zu geben dass die leute immer wieder oder dass alle irgendwo das beste rausholen können aus dem was sie vorhaben mit ihrem projekt und deswegen da gerne mal weiterschicken extrem günstige schweißtipps und tricks von den profis auf ihrem gebiet möchtest du gerne absagen dann musst du auf jeden fall am 17 6 das welt n 2.0 besuchen bei mir im thüringer wald die tickets findest du in der beschreibung oder dem video da kannst du dir die buchen gibt coole die bags wie gesagt du kannst an dem tag deine fragen stellen du kannst produkte testen es wird viele gewinnspiele geben lasst dir das auf jeden fall nicht entgehen check das aus buch dein ticket und habt einen schönen tag mit uns wir freuen uns auf dich dann 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Teil das Video auf jeden Fall mal mit deinen Kumpels, die auch im Motorsport unterwegs sind, die wissen sollten, wie das geht und dass sie mal gesehen haben, was alles so möglich ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Dein Alu, dein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.